Good morning, good morning everybody. Today is my birthday. Ich fahre jetzt zu einem Dong Sung Center, ein Vietnameses Center hier in Berlin. I drive to Dong Sung Center, ein Vietnameses Center in Heflande. Ich werde dort mal Mittagessen, Vietnameses und mein Geburtstag. Mal schauen, was ich heute noch mache. Also Leute, wir sehen uns gleich bei Dong Sung Center. Ich gehe mal reingucken, was es da gibt. Ich habe gehört, das ist ein Center. Da kann man was kaufen, was essen. Schauen wir mal, was ich euch zeigen kann, ob ich dort auch filmen kann. Das ist ein Vietnameses Center. Ziemlich groß, habe ich gehört. Also ich gehe mal hin und schaut mal. Okay, all of my love. Das ist ein Vietnameses Center. Daher werde ich heute mal eine Pflasche für mich aufmachen.